Moin Kinder, es war's eine Woche. Am letzten Samstag war ich mit Rage Track bei der Wirehouse Stage und wir haben Livestream gemacht. Vielen Dank dafür, es war super geil. Wir haben schon auf dem Video 1100 Klicks und es sind super viele Spenden reingekommen. Danke dafür, mega großartig. Dann habe ich meinen Podcast weitergefilmt, hier Band Papa Plauder zur Szene Oberberg, auch mega cool. Ich habe aufgenommen Enthalpy, ich habe mit Inge Brauch gesprochen, mit den Hurricanes und mit Thicktones und ich habe schon Termine am Start für The Hirsch. Schattenspiel und Musiker helfen, freue ich mich auch tierisch drauf. Es geht auch weiter auf der Wirehouse Stage, jetzt am Samstag, ganz wichtig, Restraint 2.11 auf jeden Fall einschalten. Da hinten seht ihr die Website, warehousestage.de, findet ihr auch auf YouTube, ansonsten einfach über die Webseite. Am 22. Mai Kollektiv Sandberg, am 30. Mai The Hurricanes, am 6.6. Mein Schuh, großartig. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, Samstag einschalten, warehousestage.de, ciao.